So zu einer Aufnahme Golf with your friends. Wir haben hier mal ein kleines Spiel, wo wir dabei sind mit drei weiteren, vier players sind wir insgesamt, drei weiteren stimmt schon und wir spielen heute Golf with your friends die Forest Map, der erste Möbel, die hinzugefügt wurde mit Golf with your friends und wir spielen jetzt zusammen mit den Puck your asshole Tunnel und irgendwie was, kann man es irgendwo einsehen Disappointment Mother's Disappointment Wer ist da? Oh, jetzt sind es nur drei Ach hier strömen, hier kommen auch players Ahhhh Töten Moin Mother's Disappointment Und Süd Seul Kick Oh, ne Es geht los Das Bild ist ja super aufgenommen, da stand gerade oben rechts Oben rechts stand gerade, ähm, wie viel FPS der, der Screenshot hatte So, jetzt tun wir mal ein bisschen spielen hier Uuuuuh, das war knapp Und rein hier Und rein hier Hau mal das Disappointment Tun one Tun one Tun one So, das können wir eigentlich in holen one schaffen Oh, das war zu viel So, hätte ich es machen müssen So, hätte ich es machen müssen Ah, zu spät Zu spät Zu spät Roll, 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 weiter Schade Äh Schade Drei Drei Schüsse haben wir gebraucht Na gut Aber wir müssen Wie man dann am Ende sind Ob wir noch aufholen sind Jetzt sind wir gerade wieder auf dem ersten Platz gerutscht Das ist auch ein bisschen quicky Aber auf jeden Fall so nicht schaffbar Jetzt Ah, er ist ein bisschen besser gerollt als ich Wie schreibt man gleich nochmal mit T, ne? Eing I record Part This Game On Youtube Boah, hold, one cool so kann es gerne gehen das war die map mit dem wasser holen 1 sehr gut das habe ich noch nie geschafft fast ernsthaft what's your channel so probiere mal den getrick aus ah mist leider nicht und jetzt davor und so es müsste eigentlich genug sein das war zu viel es war zu viel schade 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 so es ist wichtig ins zweite zu kommen aber kann man so viel pech haben kann man so viel pech haben ich habe ja noch nie mehr als einschlag gebraucht ja hier muss mal darauf achten dass die zwei kreisel in einer richtung also so ungefähr parallel verlaufen weil die drehen sich unabhängig voneinander und zwar jetzt perfekt und rein das ding komm komm roll roll schade 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 so die strecke wurde verändert die habe ich bisher noch nicht gespielt aber ich mache das mal nach holen 1 hat er geschafft nice try das disappointment so gut gefallen ist er auch schon mal und gut gefallen sind wir ja auch manche brauchen wirklich für die maps um die sieben schläge weil die immer an den ersten hängen hier weil die schlagen dort hinten dran dann da und dann geht die wieder an die wand und dann wieder an den stadt zurück rollen aber jetzt haben wir sehr gut geschafft hier und ist das eigentlich locker verschaffen super wir bleiben dran und kämpfe uns weiter kämpfe weiter daran schade ich habe das noch nicht so richtig rausgefunden wie man das macht das oder der war das ok er ist angekommen aber mit vollspeed oder wie war das war kein vollspeed aber ich bin auch gut aufgekommen ich hätte jetzt gelacht wenn der reingegangen wäre so da muss man darauf treffen genau und dann dort hinten bitte hin nein das war zu viel das war zu viel Ah, ooooh. You can this make what you schreiben, you can this make, you can this make. Not much power. And more. More power. More power. So, this is not, not more. More. More power. 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 So, eventuell. Super. Aber den Motto Disappointment werde ich nicht mehr einholen. Wenn man daran schafft, da kann man einlochen. Das habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Ja. Ja. Geiler. Komm, das bin ich. Ich. Hole in one. Very difficult. Wei. Lass uns ganz gemütlich rollen, denn wir haben Zeit. jetzt. So. Jetzt muss man ganz schnell sein. Oh, der muss schnell schlagen jetzt. Komm. Oh, jetzt haben sie es geschafft. So viel Power. Nein. Oh, da liege ich gut. Ich liege noch nicht, ne? Ach fuck. Fuck off. Oh, ich habe immer noch ein weniger. Ja. Aber dafür, was das Disappointment hat gewonnen. Hahaha. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn wir dann Oasis, willst du sein nicht, auch spielen werden. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao.